Und gib kein Wodka Was machst du? Shooterborn? Bist du grad dran? Oder was machst du? Shooter... Shooterborn? Aua good good wie when here stole you don't you Das war's für heute. Nichts will das. 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 Schau! Ich werde dich verdammt werden, du Dippt! Noch nicht jetzt. Boss liegt da, Boss liegt da, Boss liegt da. Hab ich gesehen, hab ich gesehen, danke. Boah, er hat sich aufm Klo versteckt, ey. Er hat sich aufm Klo versteckt. Danke, sakeshosh, ja. Hoffentlich macht er den Bauch. Hoffentlich macht er den Bauch zuerst. Beil dich, Bro, der Kollege ist schon da. Hoffentlich macht er den Bauch. Und? Ja. Ach. Ha. Ah. Ach. 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 Kann ich da? Okay, jetzt geht's. Hier lebt man Sachen. Wieso drei Krise einer verdammten Repetierbar von einem Raiden, als ich es im Klack ausgedacht habe? Oh Scheiße, wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch. Ist ätzend die Mission, ich weiß. Die Mission ist echt ätzend. Bin ich voll bei dir. Schon weg. Wow, noch nicht gefarmt gewesen. Crazy Crash. Coolala. Level 18. Lassen wir möglichst viel übrig. AK checken wir, wir checken das Magazin mal kurz. WT, lassen wir ihm auch alles. Und? Ist hier am ersten Dreier? Oh ja, ist besser als unseres sogar, weil wir so viel gebraucht haben. Oh, Kontakttreppe. Wir haben keine Muni mehr, ne? Machen wir hier die Muni raus. Machen wir hier die Muni raus. Und niemand hat ein Bommelmini dabei, ne? Bitter. So bitter. So bitter. Ich bin so traurig, ey. Oh, noch ne Lapskarte. Was? Zwei Lapskarten? Was ist denn hier los? Direkt einfach ne Lapskarte mit sich rum. Was ist das denn? Ey, da müssen wir den hier auch nochmal looten. Scheint ja hier ne Glücksrunde zu sein, oder was? Holy crap, man. Let's go. Uns geht's gut, ja? Äh, besser, also besser geht's zumindest nicht. Wo müssen wir raus? ZB, oder wo müssen wir hin? Ach ne, wir müssen, äh, Steplinks möglicherweise. Ok. Wär schon nice, jetzt rauszukommen. Die, Skav! Das ist kein Skav. Doch, das ist kein Skav. Jetzt hat der Bommelbini dabei. Schade. Das wär's jetzt gewesen, ey. Oh. Also ich will damit sagen, im Grunde genommen können wir jetzt ganz normal weiterzocken. Und wenn wir das Bommelbini finden, haben wir halt den Körper. Aber wir haben jetzt keinen Zugzwang mehr. Es gibt keinen Zugzwang mehr. Es gab mal einen. Ich wollte den relativ schnell haben, um Reserve zu üben. Aber es hat sicherheitserledigt. Und daher... Ja. Wir suchen fleißig. Ah, I'm hurt. Hurt oder was? Hurt, hurt. Hurt, hurt. Er ist hurt. Let's go. Deswegen alles entspannt, weißt du? Ja. Ja. Also packen ja.